Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich den Landmann Raxon PTS 3.0 Gasgrill. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gern ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Landmann Raxon PTS 3.0 Gasgrillwagen Die Landmann Raxon Gasgrill Range ist der attraktive Allrounder, natürlich mit dem PTS-System. Der doppelwandige Deckel sorgt für eine längere Hitzespeicherung während des Grillvorgangs. Die emaillierten Grillroste, 64 x 40 cm, bieten den Vorteil der einfachen Handhabung bei der Reinigung. Die Arbeitshöhe beträgt ca. 94 cm. Die drei Edelstahlbrenner erreichen eine gesamten Endleistung von 11,1 Kilowatt je 3,7 Kilowatt. Durch die integrierte Zündung in den Reglerknöpfen ist das Anzünden der Brenner einfach und sicher. Durch die zwei Räder ist der einfache Transport gewährleistet. Zubehör – alles für dich und deinen Grill Ein Grill ist zwar die perfekte Grundlage, doch für ein richtig gutes Barbecue brauchst du auch das ein oder andere Zubehör als Beilage, wie z.B. Grillzangen, Pizzasteine, Räucherzubehör oder andere tolle Gadgets. Aber vergiss nicht, selbst dein Grill braucht etwas Wellness. Ein Grill soll Spaß machen und lange halten. Das geht nur, wenn du ihn regelmäßig und mit den richtigen Produkten pflegst, die Grillroste reinigst und ihn mit einer robusten Wetterschutzhaube trocken hältst. Innovatives Power Thermal Spreading System Der Landmann Grill verfügt über das einzigartige PTS-System. Für die perfekte Zubereitung ihrer Grillspeisen sorgt die gleichmäßige Hitzeverteilung. Dank des integrierten Deckelthermometers behalten sie die volle Kontrolle und haben die Temperatur jederzeit im Blick. Außerdem besitzt der Griller eine praktische Fettauffangschale. So gelingt die Reinigung ihres Grills noch schneller. Die drei hochwertigen Edelstahlbrenner verfügen über eine emalierte Brennerabdeckung, so dass der Gasgrill noch langlebiger wird. Zusätzliche Arbeitsfläche Die beiden Seitenflächen bieten ausreichend Platz. Stellen sie ihre Gewürze, Zutaten oder Geschirr bequem auf der zusätzlichen Arbeitsfläche ab. Die drei Edelstahlbrenner mit einer Leistung von je 3,65 kW sind stufenlos regulierbar und eignen sich auch zum indirekten Grillen. Das Grillgut wird über indirekter Hitze schonend gegart und bleibt besonders saftig. Die Grillroste und der Warmhalterrost sind emaliert. Der Warmhalterrost eignet sich zum Rösten von Brot oder Baguette und hält ihr Grillgut warm. Der Rexon PTS 3.0 besitzt zwei Räder sowie zwei Standbeine. Dadurch ist der Gasgrillmobil einsetzbar, aber besitzt auch einen festen und zuverlässigen Stand. Zuverlässiges Familienunternehmen Landmann war vor 50 Jahren einer der ersten Unternehmen, das in großem Umfang Grillgeräte auf den deutschen Markt brachte. Aus den Anfängen heraus hat sich Landmann zu einem der europaweit größten Anbieter rund um die Themen Grillen und Leben im Garten entwickelt. Landmann ist die clevere Qualitätsmarke für ein zeitgemäßes Grillerlebnis. Die Produkte überzeugen durch innovative Lösungen in Design und Funktionalität und sind überlegen im Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Produkten zu einem fairen Preis richtet sich Landmann an alle, die Freude an einem geselligen Grillerlebnis haben. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Verarbeitung lässt zu wünschen übrig. Der Unterschrank ist nicht geschlossen. Die Seitenteile sind nicht abklappbar. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Aufbau ging einfach. Indirekt grillen funktioniert einwandfrei. Der Grill wird sehr schnell sehr heiß. Macht einen super Eindruck. Sehr einfach zu bedienen. Die Reinigung ist sehr einfach und schnell. Sehr gute Wärmeleistung. Damit ist unser Test des Landmann Racks und PTS 3.0 Gasgrill nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Und ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!